Die Top 6 besten Johnny Urban Produkte, ein Videoüberblick Ich habe den Johnny Urban Rucksack Damen und Herren, Robin Medium gekauft und bin sehr zufrieden damit. Das Rolltop-Design ist sehr praktisch und bietet ausreichend Platz für meine Sachen. Das Laptop-Fach ist ebenfalls sehr nützlich für Uni oder Arbeit. Der Rucksack ist nachhaltig und wasserabweisend, was ihn auch für Fahrradfahrten geeignet macht. Die Qualität des Materials ist wirklich gut und der Preis ist angemessen. Ich empfehle diesen Rucksack jedem, der einen langlebigen und stylischen Rucksack für den täglichen Gebrauch sucht. Ich habe den Johnny Urban Rolltop Rucksack gekauft und bin begeistert. Der Rucksack ist geräumig genug, um all meine Sachen für die Uni oder das Büro zu transportieren und bietet auch genug Platz für meinen Laptop. Das Design ist sowohl elegant als auch sportlich, was großartig ist, weil ich ihn auch auf dem Fahrrad benutze. Ich schätze auch das nachhaltige Material und die wasserabweisende Beschichtung, die mir das Leben bei schlechtem Wetter erleichtern. Dieser Rucksack ist definitiv sein Geld wert und ich würde ihn jedem empfehlen. Ich habe die Johnny Urban Bauchtasche in rosa bestellt und bin super zufrieden damit. Die Umhängetasche ist perfekt für den Alltag und auch für Festivals oder Sport geeignet. Sie ist sehr stylisch und sieht einfach toll aus. Zudem ist sie aus wasserabweisendem Material und somit auch für Reisen ideal. Die Verarbeitung und der Tragekomfort sind top. Ich kann die Johnny Urban Bauchtasche jedem empfehlen, der auf der Suche nach einer coolen und praktischen Hüfttasche ist. Ich habe den Johnny Urban Rucksack für meine Tochter gekauft und bin begeistert. Das Rot ist leuchtend und fröhlich und der Rucksack ist perfekt für Kinder ab drei Jahren. Der Brustgurt ist ein großartiges Feature für zusätzliche Sicherheit und der Rucksack ist aus recyceltem Material hergestellt, was mir sehr wichtig ist. Mit acht Litern Fassungsvermögen hält er alles, was meine Tochter für den Tag braucht und ist wasserdicht, was bei unvorhergesehenen Regenschauern sehr praktisch ist. Ich würde diesen Rucksack jedem empfehlen, der einen zuverlässigen und stilvollen Kinderrucksack für den täglichen Gebrauch sucht. Ich bin absolut begeistert von meinem Johnny Urban Laptop Rucksack. Das moderne Design und die graue Farbe sind perfekt für den täglichen Gebrauch im Büro oder auf dem Fahrrad. Der Rucksack ist sehr geräumig und bietet genug Platz für meinen Laptop, Bücher und anderen wichtigen Dingen. Besonders toll finde ich, dass er wasserabweisend ist und somit meine Sachen im Regen nicht nass werden. Die Verarbeitung ist hochwertig und ich bin überzeugt, dass ich lange Freude an diesem Rucksack haben werde. Kann ihn nur wärmstens weiterempfehlen. Ich liebe meinen Johnny Urban Rolltop Rucksack Damen und Herren, Robin Large. Dieser Rucksack ist nicht nur stilvoll, sondern auch sehr funktionell. Mit seinem 16 Laptop Fach und einer Kapazität von 1822 L kann man alle wichtigen Sachen problemlos transportieren. Außerdem besteht der Rucksack aus recyceltem Pad und ist wasserabweisend. Ich schätze diese Nachhaltigkeit und Qualität sehr. Der Rolltop Verschluss ist auch sehr praktisch und hält meine Sachen sicher. Ich würde diesen Rucksack jedem empfehlen, der nach einem stilvollen und funktionalen Rucksack sucht. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.